Ohhhh! Oh mein Gott! Hallo mein Damen und Herren, das hier ist Sandra. Sandra hatte auf jeden Fall noch nie eine VR-Brille auf und das werden wir heute ändern. Ja, eine Virtual Crystal Rock. Das ist aber klappend, aber klappend. Sprachenlernen Bubble. Sandra spielt heute auf jeden Fall einen Achterbahn-Simulator und wir werden sie dabei jetzt mal beobachten. Aber ich fahr nicht echt, ne? Nein, du stehst ja hier. Guck mal wie die da steht. Oh oh! Nein, 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 nein! Luca ist klar! Wie war es echt? Wie war es echt? Oh 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 oh! Oh oh oh! Aber was habe ich denn jetzt gedruckt? Ich glaube, ich habe das Spiel beendet, Luca. Bitte schließe das Ukulelos-Universums-Menü, um zurück zum Spiel zu gelangen. Genau. Ey, mein Puls ist gerade auf 180. Wer gefragt hat. LUCAAA! Was ist denn das für ein Drecksvogel da? LUCAAA! 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 Ach du heiliger! Scheiße! Ach du heiliger! Ne, 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 ne! Guck mal nach unten. Das ist nach unten so abgeht. Boah, du bist schon hoch, ne? Ein paar Sekunden später. Moin! Was? Da hat allein noch ein Selfie-Stick in der Hand. Von was macht das denn jetzt ein Bild? Von mir selber? Oh! Neeeeeein! Ey, Luca, mir wird ganz schlecht mit... Ich habe einen Kater, ne? Ich bin, ich habe einen Kater! Ich habe einen Kater, Luca! Es ist 14 Uhr Uhr, die hat eine Wodka-Red-Mulle da. Nein! Nein! Komm, mir ist total schwindelig. Komisch. Mir ist in normalen Menschen total schwindelig. Ach du Heilige. Ey, was geht denn da ab? Boah, das sind so viele! Mir ist total schlecht. Jetzt wirklich. Mir ist schwindelig. Das ist ein Unterwassertaucher. Siehst du den auch? Ja, ich seh den auch. Warte, wer war das? Man kann ihn nicht schlagen, ne? Ach so Leute, ich seh das übrigens auch. Ich seh das hier auf dem Monitor die ganze Zeit. Okay, gut. Oh! Luka! Das sieht schon heftig real aus, ne? Puh! Ah! Luka, jetzt reißen! Ich glaub, ich kipp gleich wirklich um, ne? Aber die Frage ist, wirst du da noch erschrocken? Irgendwo? Weil stand ja nix mit Horror, stand ja nur Secret Cave. Boah, sieht... Boah! Bitte, ich werd nicht erschrocken. Oh, I just love Christmas time. Halt mal dein Maul. Hast du den Oran-Utan gesehen, Luka? Luka, mir ist total schlecht. Also, jetzt noch in... Halt deinen Maul, Alter, ist Sommer. Ey, das sieht echt krass aus, wie du da stehst. Die letzte Bahn, die Sandra jetzt also fährt, ist die T-Rex Kingdom Bahn. Und sie macht ein Rennen. Das heißt, sie muss selber die Achterbahn steuern. Weißt du überhaupt, wie das geht? Ne. Okay. Ich fahr irgendwie rückwärts. Ja, irgendwie kommst du... Oh! Oh nein! Schon verkackt. Also, jetzt gehts wieder von vorne los. Hast du das Marihuana-Pflanzen, die dort liegen? Einfach siebeln. Kann ja nicht wahr sein. Jo, Digi, ich bin schon weiter. Und wieder tot. Jetzt, schön wie bei der Fahrschule. Stopp, 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 stopp. Und genau wie bei der Fahrschule ein Unfall. Checkpoint geschafft. Ah, scheiße. Ich putze die hier gleich auf Ernst auf dem Boden, ne? Ehrlich? Ist so schlecht. Fahr mal ne Runde. Ich hab das selber schon gemacht früher. Komm mal jetzt erstmal wieder nach vorne. Digga! Alter! Wollt ihr mich verarschen? Mir ist total schlecht und ich schwitze. Mach das nicht. Das war auf jeden Fall Sandras erste Virtual Reality-Brille-Erfahrung. Wenn ich das eventuell die Tage nochmal machen soll, dann bestell ich mir so ein Ansteck-Mikro, da kann man auch Golf spielen, da kann man Wandern gehen, da kann man alles mögliche machen. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare und... Ja, ich geh gleich glaub ich kotzen.